Joshua Spesky, das neue Buch von Gwendoline Riley. In dem Buch geht es um die 27-jährige Schriftstellerin Nathalie, die in Manchester lebt und nicht so richtig weiß, wo sie mit ihrem Leben hin soll, was sie von ihrem Leben erwartet und halt so ein bisschen in den Tag hineinlebt. Und sie entschließt sich eines Tages, Manchester zu verlassen und das ist aber wirklich nur der Auslöser, weil im Kopf hat sie die Stadt schon viel eher verlassen. Und Nathalie zieht dann die Welt, um die Liebe zu suchen oder das zu finden, was sie vom Leben erwartet und trifft da auf Joshua Spesky und verlebt im Grunde so ein bisschen ihren Alltag mit dem Typen im Hotelzimmer. Saufen, angucken, auf Kleinigkeiten achten und im Hotelzimmer lümmeln. Hotelzimmer, Hotelzimmer, Hotelzimmer. Also ich habe irgendwie bis Seite 60 oder so gelesen und habe gedacht, wann fängt die Handlung an, wann fängt die Handlung an, bis ich gemerkt habe, dass die vielen Nebensächlichkeiten, die Gwendoline Riley in dem Buch beschreibt, dass das die Handlung des Buches ist. Also natürlich geht es um Nathalie, aber es geht auch um die vielen kleinen Details des Alltags und des Lebens. Und das ist das Schöne, weil die Autorin das wirklich ganz toll beschreibt. Und man merkt, wenn man das Buch liest, das kommt so zurück. Also du wirst sensibler ein bisschen durch das Buch. Und wenn man dem Buch so eine Musik oder so eine musikalische Stimmung geben könnte, dann wäre das auf jeden Fall meiner Meinung nach so ein Song von Sting. Irgendwie I'm an Englishman in New York, obwohl das natürlich nicht in New York spielt ist, die Handlung. Aber das ist so das, was aus dem Buch so rausklingt. Und es ist ein langsames Buch. Es ist auch ein schönes Buch. Und es ist, wie ich ja schon Anfang gesagt habe, ein Buch, der schön vergleiche. Und es ist auf jeden Fall ein Buch für Leute, die sich auch in der Langsamkeit verlieren können. Und es ist auf jeden Fall ein Buch.